Und in Berlin begrüße ich jetzt Omnit Nouripour, den außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo Herr Nouripour. Ich grüße Sie. Herr Nouripour, wenn Sie auf Tunesien schauen, dass ja ein demokratischer Staat werden will, wo würden Sie ihn denn einordnen? Auf welcher Wegmarke steht der? Tunesien ist insgesamt auf einem guten Wege. Sie gehen diesen Weg der Demokratisierung des Rechtsstaates. Es gibt sehr viele Zerbrechlichkeiten. Das Land ist fragil, die Stabilität und der Rechtsstaat sind stabil. Und ja, es gibt auch immer wieder Rückschläge. Wenn man sich den Bericht von Amnesty International zum Beispiel anschaut, über Folter in Gefängnissen, ist das sehr besorgniserregend. Aber nicht nur im Vergleich mit den Nachbarstaaten hat Tunesien in den letzten sechs Jahren sehr viel geschafft. Und das ist gut. Auch mit deutscher Hilfe, denn die deutsche Außenpolitik und Entwicklungspolitik investiert ja auch viel in Tunesien. Also sorgt dafür, dass tatsächlich dort auch Leute vielleicht wieder in den Job kommen und dass es Perspektiven gibt. Ist das genug? Es ist nicht genug. Tunesien braucht mehr Hilfe. Beispielsweise sehen wir ja, dass es ein Rückführungsabkommen gibt, das Tunesien in vielen Stellen nicht umsetzt. Das ist sicher rechtens nicht korrekt. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass sie ein großes Problem haben. Quasi im Verhältnis zur Bevölkerung hat Tunesien mit. Die größten Rückkehrer-Dschihadisten, die es gibt aus Syrien weltweit, die haben ein mächtig großes Problem mit der salafistischen Bewegung im Land. Das sind die großen Herausforderungen und deshalb nehmen sie nicht weitere Dschihadisten und Gefährder auf. Es ist verständlich und deshalb sollte man nicht noch mehr Druck machen, sondern sich zusammen hinsetzen und Tunesien helfen, dass sie das Problem lösen können. Wir können im Übrigen auch dabei sehr viel von denen lernen. Dann würden sie auch das Rückführungsabkommen wieder umsetzen. Aber es ist ja auch verständlich, dass in Deutschland große Sorge besteht, dass weitere abgelehnte tunesische Asylbewerber vielleicht sich auch wieder zu schlimmen Taten hinreißen lassen. Das ist zweifelsfrei richtig und deshalb müssen wir zu einer Lösung kommen. Aber die Lösung ist wie gesagt nicht, dass einige Kollegen von mir jetzt rausgehen und sagen, wir müssen jetzt Sanktionen verhängen. Sanktionen zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich würden die ärmsten Leute in Tunesien treffen, würden weniger Leute in Jobs bringen und würden zu mehr Flüchtlingen führen. Wenn wir das Problem realistisch angehen wollen, müssen wir miteinander noch besser kooperieren und nicht nur drohen. Ja, also das heißt noch mehr Geld nach Tunesien oder mehr Experten schicken. Was kann das denn sein? Tunesien braucht in erster Linie eine Ankopplung der Wirtschaft. Der größte Zweig ist Tourismus. Dem geht es nicht besonders gut. Da muss man miteinander reden, ob man einander helfen kann. Aber natürlich brauchen sie in erster Linie Know-how. Es reicht nicht nur Geldkoffer rüber zu schieben, sondern wir brauchen mehr Beratung, die sie bräuchten vor Ort. Und deshalb müssen wir darüber reden, wie man miteinander helfen kann, auch im Sicherheitsbereich, damit sie ihr Salafismus und Dschihadismusproblem besser in den Griff kriegen. Also Polizisten, die Unterweisen aus Deutschland nach Tunesien schicken, oder wie stellen Sie sich das vor? Auch das. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es sinnvoll, rechtsstaatliche Zusammenarbeit im Polizeibereich dort voranzutreiben. Es gibt bereits Ansätze, aber wir brauchen mehr. Wenn wir wollen, dass die Menschen in Tunesien zufrieden sind und nicht einfach in Boote steigen, dann müssen sie auch das Gefühl haben, dass die Rechtsstaatlichkeit im Lande funktioniert, dass sie nicht befürchten müssen, den Knüppel auf den Kopf zu bekommen, wenn sie den Politisten nach dem Weg fragen. Da müssen wir helfen. Asylaufnahmezentren, diese neue Idee der Bundesregierung ist heute nicht besprochen worden zwischen der Bundeskanzlerin und dem tunesischen Ministerpräsidenten. Die Tunesier wollen das ja auch nicht haben. Das wurde ja schon vorher klar. Generell ist das nicht ein gangbarer Weg, dass man tatsächlich schon sozusagen vorher in die Menschen vor dieser gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer abhält? Gäbe es die Möglichkeit, Lager einzurichten oder Einrichtungen zu haben, in denen Asylverfahren der Leute auch rechtsstaatlich überprüft werden, wäre das ein Weg, in dem die auch die Flüchtlinge gut behandelt werden. Aber das will Tunesien nicht, weil sie, wie gesagt, genug andere Probleme haben. Und das würde das Problem der Sicherheit und der Stabilität des Landes eher vergrößern. Ich verstehe, warum Cahit heute gesagt hat, dass er das nicht will. Und deshalb muss die Bundesregierung wohl darauf verzichten, weil die anderen Staaten in Nordafrika sind ganz weit entfernt davon, rechtsstaatliche Standards zu erfüllen. Omnit Norepur war das, der außenpolitische Sprecher der Grünen. Vielen Dank für Ihre Meinung nach Berlin. Danke Ihnen.